Herzlich Willkommen liebe Leute zu Need for Speed Underground, wir sind wieder zurück. Im Hintergrund unserer Mazda MX-5 darf die Aufnahme gerade noch einmal machen. Weil mein Rechner meinen wusste, dass bei Streamlabs OBS das Mikrofon nicht ausgewählt war, genauso wie die Desktop Audio gemütet war. Ich sage schon mal vorweg, es ist ein Turnier. Das erste Rennen bin ich gefahren, da bin ich direkt raus, habe die Aufnahme gestoppt. Soll ich das Rennen nochmal fahren? Was nicht schlimm ist, es ist ein Sprint-Rennen. Geht fix. Erstmal rein da. Machen wir. Wie auch jetzt zählt es, wenn ihr die Mucke von Underground hören möchtet, während ihr das Video guckt, einfach bei YouTube in der Suchleiste eingeben oder bei Spotify in der Suchleiste eingeben. Ich kann es leider nicht abspielen. Wegen Copyrights. So. Da hat sich eine schon mal direkt weggedreht. Scheiße. Ja, überschlag dich halt noch. Oh Mann. Der Eclipse hat mich richtig irritiert. Da hat sich entscheidend jetzt gerade der Eclipse verabschiedet. Das ist ein schlechter Scherz. Ach ja. Da. So, komm schon. So, komm schon. Komm schon. Go, 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 go. Oh. Nicht den Van mitnehmen. Alter, was hat denn der für einen Gummiband-Effekt? Alter, ist ja krank. Nix da. Das ist doch ein Scherz, ne? Das gibt es nicht. Oh, Mann, ey. Nächstes Rennen. Oh, dieser Kack-Van mitten auf der Ideal-Linne, weißt du? Oh, die sind ja weiß. Oh, das ist doch ein Scherz. So, ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist doch ein Scherz. schon wieder mx5 mx5 im mx5 im Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ey du kack Eclipse man, das ist auch so ein scheiß Scherz ey, man, das kann es nicht sein, das ist echt lächerlich. so zum glück noch was Nitro aufbewahrt man 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 nächstes rennen meine fresse lern mal fahren du Spasti und 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 Wofür kommen die Clips her? Wie hat mich jetzt überrascht? Heilige Scheiße! Oh wo die Clips auf einmal herkamen würde mich mal interessieren! Scheiße! Nice! Von hier abgeschlossen! Ich frage mich warum zweimal aber so sieben runden rennen leckt mich doch! Oh man, warum? Ich will nicht! Oh man! So haben die S2000 und der 350z beiden die selben Spoiler! Warum? Oh! 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 Okay! Oh! 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 Alter, okay, ich fahr mal da drunter. Easy. Warte mich, warum die S2000 so schnell ist. Mach mal langsamer, mein Junge. WTF? 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 Warum ist die S2000 so schnell? WTF? 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 Mann, S2000, mach mal langsam Mann, S2000, mach mal langsam Boah, war das knapp Heilige Scheiße Der Pfeiler war ganz schön nah Alter, RX-7, verpiss dich Kann doch nicht sein, dass ich die S2000 nicht einhole Mann, verpiss dich, RX-7 Ja, SC Guck mal nach, ob eventuell noch ein paar Leistungsparts Als ob ich noch ein paar bekommen habe Ich glaube nicht, weil der müsste komplett full sein Ja, der ist komplett full Ich verstehe jetzt nicht, warum die S2000 so OP ist Verstehe ich nicht Komm schon Der knutscht die Wand Bisschen, mach das nicht die S2000 So, weg mit dir Franz Wurst Dicker, warum kannst du so schon die Kurbel fahren? Das ist doch nicht mal so ein geiles Handling Der RX-7, du verschissene Pissnelke, Alter Ja Der läuft perfekt Nicht Ich fahr das Rennen auf einfach Fickt euch, ganz ehrlich Ne Der S2000 ist so unbalanced Das ist Bullshit Oh Mann, ey Egal, was ihr dazu sagt Ich mach das jetzt auch leicht Jetzt denke ich, ich will auf jeden Fall noch was in der Folge geschafft haben Und ein Turnier und ein Rennen ist mir zu wenig 3,50 Seid du Stück Scheiße Verpiss dich Oh Spastien, der S2000, ne Wenn das GTA, ich hätte ich in die Luft gejagt, du Penner Hätte ich mal das Unique Performance teilgenommen Also Leistungsteil und nicht Handling Like auf Everything Das war's. Ich komm nicht an die ran. Gummibahn-Defekt. Wo bist du? Jetzt komm ich auf einmal ran. Jetzt soll ich mir die Tiere hüllen lassen. Mann. So lasse ich mich auch irritieren. Guck mal nach, ob ich in anderen Lagen hab. Das Handling von Peugeot 206 ist halt nicht so geil. Das ist Civic. Das ist 2.000. Das ist ja Beschleunigung ganz oben mit dabei. Ja, ich beende dann hiermit auch die Folge. Ich fahr das Rennen nicht in der Aufnahme. Weil ein viertes Mal oder fünftes Mal, keine Ahnung, wie oft ich das jetzt nochmal versucht hab. Wollt ihr halt wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Guckt gerne in die Beschreibung Twitter und Twitter-Linked. Twitter, um auf dem Laufenden zu bleiben. So wie Stream-Ankündigungen werden ebenfalls bei Twitter gemacht. Für Twitter. Freitags und Samstags 21 Uhr. Wenn ich nicht live gehen sollte. Bei den Temperaturen kann das giftiv vorkommen. Werde ich das hoffentlich bei Twitter posten. So viel, wenn ich das nicht vergesse. Guck sonst noch ein paar andere Videos auf dem Channel an. Andere Need for Speed Teile. Crash Bandicoot. Trouble in Terrorist Town. Cards Against Humanity. South Park. The Stick of Truth. Call of Duty. So wie F1-2019 und F1-2020. Mit F1-2020 wird es bei den Temperaturen bezüglich Livestream nicht weitergehen. Erst wenn das wieder richtig cool geworden ist. Weil ich meinen Wert, sich da hin zu zwingen. Und F1 hochzuladen. So wenn man bei den Temperaturen keinen Bock hat. Habt einen schönen Tag noch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein.